Norddeutscher Rundfunk Soll ich in der Räume aber nicht vorgib, oder ob ich meine Räume verflogen das? Ich kann schon sehen. Grässe zu dem da. Ich habe den Kaffee. Ich habe den Kaffee. Ich habe den Kaffee. Ich habe den Kaffee. Oh, ich habe den Kaffee. Wie lange? 14.50. 3.50. Wir haben noch 2.00 Uhr. Ja. Gut. Wie lange. Es geht? Wir gehen in die Kaffee. Wir gehen in die Kaffee. Ja, wir gehen in die Kaffee. Wir kommen hier in die Kaffee. Das ist so cool. Das war's für heute.